Hallo Manuel, was treibst du da? Ja, ich bin jetzt umgekehrt aufs Rodeln. Das ist ein Skiespringer, das wird nichts mehr. Aber das ist ein guter Besitzer. Bin ich dabei? Super! So, jetzt gehen wir es auf. Ja, jetzt gehen wir es auf. Alles sauber. Wer hat das? So lächeln Sieger. Untertitelung des ZDF, 2020